Das ist unsere neue A7-Weizensorte Apostel, zugelassen im März 2016. Eine Sorte, die sich auszeichnet, insbesondere durch eine super Resistenzausstattung, beginnt bei der Ähre mit einem sehr guten Fossarium. Resistenzeinstufung geht übers Blatt. Wir haben hier im Mehltau die Einstufung 1, also kein Mehltaubefall. Eine sehr gute Resistenz gegen die in den letzten Jahren wichtige Krankheit Gelbrost und eine breite Resistenz gegen die anderen Blattkrankheiten wie Septoria. Neben der guten Resistenzausstattung besticht Apostel durch die frühe Reife und ist somit für viele Gebiete Deutschlands im Anbau geeignet. Das Ertragspotenzial ist sowohl in Stufe behandelt als auch in Stufe unbehandelt, hoch bis sehr hoch. Und diese neue Sorte ist ein echter Fortschritt im A-Sortiment. Wir werden die Sorte in diesem Jahr im Herbst erstmals in größeren Mengen auch als Saatgut für den Landwirt zur Verfügung haben und hoffen nach erfolgreichem Abschluss des ersten Landessortenversuchsjahres in die Empfehlung, in den einzelnen Regionen Deutschlands zu kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017